Werbung Das Brückengeflüster präsentiert von Zweirad Schulz Zweirad Schulz, die Profis rund ums Rad. Egal ob elektrisch oder klassisch, durch unsere kompetente Fachberatung finden wir für jeden das passende Zweirad. Profitieren Sie auch von unserem günstigen Hohl- und Bringdienst sowie von unserem meisterhaften Reparaturservice aller Fabrikate. Zweirad Schulz Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne. Das ist komplett voll mit so Trainings-Sieger-Fotos und das war halt so, wo die Jungs dann ich finde, das war geil, weil die Jungs dann für sich, ohne dass ich was dazu sagen musste, eine Mentalität entwickeln haben, diese Spiele zu gewinnen und auch diesen Moment festzuhalten, ein Trainingsspiel gewonnen zu haben. Brückengeflüster Der VfL-Podcast der NOZ Freitagmorgen, 7.30 Uhr, wir treffen uns hier zum Brückengeflüster, zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit, aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir ihn heute bei uns haben. Wir haben einen ganz besonderen Gast und sind deswegen extra früh aufgestanden. Tobias Schweinsteiger, der Trainer des VfL Osnabrück ist heute hier bei uns und wir sprechen natürlich über den Aufstieg mit Harald Pistorius, Tobias Schweinsteiger und mir, Susanne Vetter und ja, Tobias Schweinsteiger, vielleicht erstmal die Frage, wann schlafen Sie denn überhaupt? Ja, hallo erstmal, ja, schlafen nehme ich mir schon die Zeit, passt da schon ein bisschen drauf auf, manchmal schläft man fest da, manchmal nicht ganz so fest im Moment, sind die Tage halt vollgepackt, es kommt richtig viel Arbeit auf uns zu, aber ich kriege schon genügend Schlaf und ja, muss sich keiner Sorgen machen. Und wir haben gestern, haben wir Sie beobachtet, wie Sie ein kleines Nickerchen gemacht haben, als ganz, ganz viel Trubel um Sie herum war, da haben wir es gesehen, beim Tätowieren. Sie haben sich auch 90 plus 6 auf den Arm tätowieren lassen und ja, da mussten Sie sich kurz hinlegen und das scheint ja sehr entspannt für Sie zu sein. Ja, es hat gut gepasst, ich muss mich auf den Bauch legen zum Tätowieren und ich kenne das Gefühl ja und es war eine Stelle, die eher beruhigt, deswegen habe ich mal die 20 Minuten auch genutzt, bin wirklich eingeschlafen und tut immer ganz gut so ein kleines Nickerchen. Ich finde, es ist eine coole Idee, aber als Statistiker würde ich sagen, es müsste eigentlich heißen, Entschuldigung, 90. plus 6, so wird es ja geschrieben. Ja, den Punkt könnte ich schon mal noch nachfügen, aber meine Jungs haben das auch so und ich glaube, das ist schon ein Moment, der uns auf ewig eigentlich verbindet. Wir haben viel von Momenten diese Saison gesprochen, wollten viele Momente kreieren, haben aus vielen Momenten Kraft gezogen und das war natürlich das I-Tüpfelchen, dass wir dann mit so einem Moment auch diese Saison beenden. Ich kenne VfL-Fans, die haben sich die TV-Bilder und die Videos bei uns 30 Mal angesehen. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei Ihnen und Ihren Spielern? Kann man die Freude eigentlich so richtig genießen? Man hat immer schon die Ahnung, jetzt ist der nächste Schritt schon getan, jetzt geht es schon wieder in die neue Saison. Manchmal vermisse ich so die Chance für die Aktiven, das auch mal ein bisschen zu genießen, sacken zu lassen und aufzuarbeiten. Sie sind jetzt schon wieder im Modus Planung, neue Saison muss ja sein, aber fehlt da nicht so ein bisschen was? Ich glaube, die Spieler haben es schon genossen, was ich so mitgekriegt habe auf Mallorca. Für mich, ja, es war ein schöner Moment. Ich brauche da nicht eine große Feierlichkeit oder ich ziehe da schon sehr viel Stolz aus dem Moment, wenn ich dann mit den Spielern spreche und es dann meistens so, wenn der Druck abfällt, kommt dann doch der eine oder andere her und bedankt sich für die Saison. Deswegen, ja, ich kann das gut verarbeiten. Ich bin wirklich stolz, was die Jungs geleistet haben in dem Jahr und auf der anderen Seite habe ich gar keine Pause. Ja, das haben Sie gerade richtig gesagt. Wir haben sehr, sehr viel die dritte Liga geplant oder hauptsächlich die dritte Liga geplant und sind jetzt froh, dass wir die zweite Liga planen können. Und wenn das ein bisschen mehr Arbeit bedeutet, dann kriege ich das auch hin. Es ist viel am Telefon, viel Videos schauen, viele Gespräche und da ist auch Zeitmanagement wieder gefragt, das irgendwo einzuplanen. Deswegen sind wir hier heute um 7.30 Uhr, weil danach geht es schon wieder direkt weiter. Und ja, das ist das Wichtigste erst mal. Wir sprechen gleich noch über die Planungen, die jetzt anstehen für die zweite Bundesliga. Aber vorher noch mal ganz kurz, Sie haben von diesem Moment gesprochen, 90. plus 6. Und vielleicht können wir auch noch mal sprechen, was ist denn dann Ihr Moment gewesen danach? Es gab ja viele Feierlichkeiten, wir haben sie ein paar Mal beobachtet, unter anderem einmal die Beine raushängen lassen bei dem Rathaus aus dem Fenster, die auf die Menge blicken. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt genießt das auch ein bisschen. Ist das so vielleicht der Prägende, der Ihnen in Erinnerung bleibt oder gibt es da ganz andere? Ja, das war schon ein entspannter Moment, weil man wirklich mal abschalten konnte. Ich glaube, im Rathaus war da gerade noch ein bisschen reden und hatte einen guten Sitzplatz, konnte ich ein bisschen dann in die Sonne setzen und ein bisschen das genießen. Da war auch so ein Moment, dass die Spieler dann alle über dem Spieleeingang waren. Da habe ich mich unten so ein bisschen auf die Werbebande gesetzt mit meinen Co-Trainern und konnten von unten das zuschauen, wie die Jungs sich freuen, wie die Jungs sich feiern lassen. Und das sind schon so Momente, die dann hängen bleiben. Es sind viele kleine Momente, nicht so der eine, aber genau den Moment, den Sie gerade angesprochen haben, da konnte ich mal so richtig alles sacken lassen und so richtig mal. Da hatte ich, glaube ich, einen 40er Ruhepuls. Das war ganz gut. Und ganz wichtig wahrscheinlich auch der Moment, wo Sie in der Kabine waren. Da sind Sie direkt nach Spielschluss rein und haben hinterher im NDR gesagt, ich habe jetzt erst mal mit den ganz wichtigen Leuten FaceTime gemacht. Das nehme ich an, das ist die Familie gewesen. Genau, ja. Ich habe dann die Leute auf den Platz stürmen sehen und ja, ich feiere so Momente gern halt. Entweder hätte ich den gern mit den Spielern gefeiert, aber mit meinem Staff. Das war nicht möglich, weil natürlich die Fans sich gleich die alle gecatcht haben. Ich habe dann einfach meine Kapuzenjacke über den Kopf gezogen, bin richtig im Sprint durch alle durch. Also man sieht das auf einem Video ganz gut, wie ich da durch sprinte, muss ich sagen, auch gar nicht so langsam. Ja, genau. Und habe dann einfach meine Familie durch telefoniert auf die Schnelle. Die waren auch ein bisschen schockiert, dass ich am Telefon war und habe das für mich ein bisschen gebraucht. Und dann rauszugehen, als dieser ganze Platzsturm sich beruhigt hat und die Fans am Platz waren und die Spieler dann in diesen abgesperrten Bereich dann langsam kamen. Dann konnte ich jeden in den Arm nehmen. Das war mir ganz wichtig, glaube ich, dass mir nicht erst ein Bild Fremder um die Arme fällt, sondern erst mal die, mit denen ich das ganze Jahr verbracht habe. Es gibt noch eine ganz drängende Rückfrage zu dem, zu Ihrem Run auf den Platz nach dem 2 zu 1. Da standen Ihnen zwei Dortmunder im Weg. Die haben Sie nicht im Slalom, wie man das eigentlich erwarten könnte, umkurvt, sondern sie sind noch kurz abgebremst und haben denen irgendwas gesagt. Was war da los? Naja, ich wollte eigentlich jubeln und dann habe ich gesehen, dass mein Chef-Viso im Clinch mit denen lag und dann wollte ich da eigentlich beschwichtigen. Und im Endeffekt bin ich da ein bisschen hängen geblieben. Ja, da sind ein paar Worte gefallen, die mir nicht gefallen haben. Das haben wir dann aber auf dem Platz dann geklärt und das ist alles gut. Also ich wollte eigentlich jubeln, aber da kam wieder der Gerechtigkeits-Fanatiker in mir zugute. Und bevor die sich dann in die Gurgel gehen, wollte ich da dazwischen gehen und bin dann selber ein bisschen hängen geblieben. Alles gut. War vielleicht gar nicht so schlecht, dann hatte ich nicht so einen langen Rückweg von der Jubeltraube. Ich fände es ganz schön, auch weil Sie es so oft betont haben und weil Sie es auch glaubwürdig leben und darstellen. Ich würde ganz gerne mal den Staff durchgehen, den Sie immer erwähnen und würde Sie bitten, dass Sie zu jedem ein paar Takte sagen. Ich meine, Sie können jetzt eigentlich gar nicht Nein sagen, weil ich so geschickt frage. Das stimmt. Da ist nur die Frage, mit wem ich anfangen. Soll ich die Namen vielleicht einfach, dann haben wir es einfach wild. Ich kann ja so von meinen engsten Leuten losgehen. Ich glaube, fangen wir mit Danne an, weil er wirklich auch am längsten dann jetzt im Verein ist. Ich glaube, Danne hat eine unfassbare Erfahrung als Spieler. Hat jetzt auch seine Schritte als Trainer gemacht. Glaube ich und auch völlig zu Recht, ist immer noch sehr, sehr Daniel Thun-Fan. Das merkt man in allem, was er macht. Glaube ich, muss ich von mir vielleicht ein bisschen ab und zu mal überzeugen auch, aber das ist ja alles gut. Sie haben ja unfassbare Erfolge miteinander gefeiert und es war der Trainer, der ihn eigentlich dann in den Trainerberuf eingelernt hat. Ja und es ist sehr, sehr akribisch, was seine Standardsituation angeht, sehr, sehr akribisch, was seine A-Lizenz dieses Jahr angeht. Ein absoluter Familienmensch. Ich glaube, weil Danne es immer so gemerkt hat, er arbeitet, bis er wirklich das letzte Detail rausgefunden hat beim Gegner und dann, zack, geht der Laptop zu. Dann zwei Minuten später steht er umgezogen da und sagt, ciao bis morgen. Weil es ihm halt extrem wichtig ist, seine Familie dann zu sehen, ja viel Zeit mit den Kindern, mit der Frau zu verbringen. Ein super Typ, der sehr emotional ist auch, den man immer wieder abholen darf und das macht echt Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ja dann, Martin Heck, haben wir ja im Winter aus Köln losgeeist. Ich darf jetzt wieder keine Anekdoten erzählen, sonst ist er wieder ein bisschen sauer. Aber ja, er war einfach in Köln festgefahren und ich kannte ihn aus der Agentur auch bei uns. Wir haben uns im Winter dann mal ein bisschen am Frühstückstisch nach einer Weihnachtsfeier ein bisschen mal länger unterhalten. Ich glaube, es war für ihn der richtige Schritt, aus Köln wegzugehen, aus dem Riesenmehrwert als Typ. Aber auch mit seiner Expertise kümmert sich sehr viel ums Individualcoaching, Individualanalysen mit den Jungs, ist er sehr akribisch. Und trotz aller Loseis-Versuche von mir hat er sich nach zwei Wochen in der Sauna, ist er mir fast um den Hals gefallen. Danke, danke, dass du mich hergeholt hast. Fühlt sich, glaube ich, extrem wohl und glaube ich, hat auch einen Riesenteil nochmal dazu beigetragen, dass wir in der Rückserie so stark performen. Kam, glaube ich, auch zu einem richtig guten Zeitpunkt und hat dann mit seiner lockeren Art einfach da wirklich geholfen. Und die beiden sind halt wirklich meine engsten Vertrauten. Trotzdem ist diese Vertrauensbasis halt im ganzen Staff wirklich überragend gegeben. Wenn ich weitergehe jetzt, machen wir mal. Vielleicht noch einen Satz dazu. Ich glaube, es war auch wichtig, ihn überhaupt zu hohen, die Stelle zu besetzen. Denn bei einer Wertschätzung, die Danilo De Sousa vorher zu Recht erfahren hat, man hat ihm, glaube ich, doch angemerkt, dass er unbedingt weg wollte. Und das kann dem Binnenklima ja nicht gut getan haben. Nee, weil er hat einfach dann das vorgeherrscht hat, was ich halt nicht will, dass einer nicht zu 100 Prozent performen kann von unserem Trainerteam, weil wir, das ist so mein, unser Haupt-Gredo, wir müssen 100 Prozent performen, dass die Jungs 100 Prozent leisten können. Wenn wir nur 90 Prozent anbieten können, können wir von den Jungs nicht 100 Prozent erwarten. Und das war dann schon so, dass dann irgendwann der Punkt war, wo ich auch zwei Mal gesagt habe, wir müssen Danilo freigeben, so gern wir ihn weiter bei uns hätten. Aber Danilo hat auch selber gemerkt, dass er nicht mehr an das Performance-Limit rankommt, dass er auch von sich erwartet. Er hat sich dann selber unwohnt gefühlt in der ganzen Situation. Deswegen war es dann super, dass wir Hecke so schnell auch überzeugen konnten. Um dann weiterzumachen, also für mich der nächste Ansprechpartner ist dann zwei, Jonas und Mathis, also Mathis Beckmann, Athletiktrainer bei uns, wirklich top Junge, sehr, sehr akribisch, wirklich. Ich kriege jeden Abend für mich nochmal die ganzen Daten explizit. Wir kriegen jeden Tag nach dem Training alle komplett diese Daten. Mathis hat immer wieder Input, wo wir Nuancen noch anpassen können. Sehr, sehr gut in der Trainingsperialisierung, das passt halt mit meinem Denken halt super zusammen, dass wir sehr, sehr intensiv trainieren und aber mit viel Pausen und Mathis ist auch so der Typ. Deswegen passt das und macht das ganze individuelle Krafttraining, Athletiktraining mit den Jungs. Ich glaube, jeder hat sich individuell weiterentwickelt in dieser Saison und das ist auch so ein Arbeits Credo von uns. Wir wollen erstmal die Spieler entwickeln und über die Entwicklung der Spieler auch den Mannschaftserfolg dann irgendwo entwickeln. Da hat Mathis einen richtig hohen Anteil, nicht nur was die Expertise angeht, sondern auch, dass die Jungs ihm halt vertrauen, dass die Jungs nicht alles hinterfragen, ihm da wirklich Glauben schenken und auch dann merken, dass das funktioniert und er steuert das alles ganz gut. Das hat wirklich Spaß gemacht, weil ich am Anfang schon auch gesehen habe, okay, da ist vielleicht nicht so intensiv trainiert worden, wie ich das gern wollte, aber das lag definitiv nicht an Mathis. Mathis hat mir gleich gesagt, er würde die und die Parameter anpassen und deswegen haben wir dann schnell den Weg gefunden. Jonas Incom, der sitzt dann direkt neben mir. Es ist immer ganz wichtig, dass der Videoanalyse direkt neben mir sitzt, weil ich dann immer wieder in seinem Bildschirm reinschauen kann und mir nicht immer alles auf meinem Laptop laufen lassen muss. Ich kann immer rüberschauen und muss mir wirklich sagen, er musste sich wirklich an mich gewöhnen, weil ich sehr, sehr viel spontan entscheide und mir dann einfach, keine Ahnung, eine Viertelstunde vor Besprechungsanfang einfällt. Ich hätte gern das und das den Jungs gezeigt und dann muss er richtig schnell liefern. Das hat er sich jetzt daran gewöhnt. Da werden wir weiter daran arbeiten und auch so, wie ich die Videoanalysen haben will. Es war jetzt natürlich, er kam im Sommer her. Dann war Daniel Trainer, der will die Analysen so und so aufbauen. Der braucht die und die Szenen nach dem und dem Wording. Dann waren Danilo und Tim da. Da weiß ich nicht, ob es da auch eine Anpassung dann gab und dann komme ich. Der will nochmal Szenen anders geordnet haben in einem anderen Wording, legt ein anderes Hauptaugenmerk drauf, hat andere Prinzipien, die wichtig sind. Das war, glaube ich, schon ein wilder Ritt für ihn, aber ich glaube, da ist er jetzt durchs Stahlbad gegangen und jetzt können wir ein paar Sachen dann anpassen. Und ja, freut mich auch, dass er auch verlängert hat. Das war auch ganz wichtig für mich, dass alle vor mir verlängern, glaube ich, um die Jungs im Boot zu halten. Ja, und dann ist Marcel Höttig. Soll ich weitermachen oder gibt es noch Nachfragen? Ganz kurz noch. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, mit Spezialisten im Trainerstuff zusammenzuarbeiten. Es gibt Trainer, die sagen, es ist mir egal, was du machst und es ist mir egal, ob du es mir erklärst. Ich will, dass die Jungs fit sind. Oder dem Videoman zu sagen, mach das. Ich interessiere mich nicht dafür, wie du das machst. Und bei ihnen ist es so, das haben beide auch schon mal bestätigt, dass sie sehr viel Wissen von deren Job haben, auch durch ihre früheren Tätigkeiten als im Bereich Scout, Athletiktraining und so weiter, dass sie mit denen auf Augenhöhe dann auch diskutieren. Der Mattes sagte, dass er oft von ihnen dann abends, wenn er die Listen geschickt hat, noch einen Anruf bekommen von ihnen, eine Rückfrage. Also die sind da schon, sie fordern die auch im direkten Eins gegen Eins. Nochmal, das habe ich letztes Mal auch schon gehört, dass ich als Scout habe. Als Scout habe ich noch nicht gearbeitet, aber... Nein, aber gegen eine Analyse. Gegen eine Analyse, genau, genau, ja. Okay. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist, glaube ich, schon noch ein Vorteil, dass ich halt in viele Bereiche auch gern reinschnuppere, muss ich auch sagen, mich in vielen Bereichen auch mal anderweitig informiert habe, aber auch halt auch viel andere Sachen kennengelernt habe, weil halt, keine Ahnung, im Jugendbereich arbeitest du vielleicht nicht so wie beim Lask oder beim HSV oder in Olli Glasen arbeitet, anders als in Dieter Hecking, als in Tim Walter. Das war schon ein Vorteil, ja, definitiv. Und ich glaube, dieser Austausch tut uns allen gut und es war auch für mich wichtig, dass die Jungs sich auch in ihre Persönlichkeit entwickeln, dass ein Mattis Beckmann auch lauter wird am Platz, dass er Dinge klarer anspricht, dass die Jungs ihm folgen. Das heißt, wenn sie seine Stimme hören, müssen ja nicht alle zucken und wissen, okay, jetzt ist wieder was angesagt, nicht nur, wenn sie meine Stimme hören. Und das ist halt auch ein Punkt, wo wir immer ein bisschen dran arbeiten, ja, das stimmt. Diese Fitness war ein wichtiger Erfolgsfaktor, aber nicht nur die Fitness, sondern auch, dass es ganz wenige Verletzungen gab. Gerade am Ende der Saison ist es nicht immer einfach. Also es gab natürlich mal, ich sag mal, schwerere Verletzungen im Sinne von einem Unfall, wie bei Sören Bertram. Aber es gab keine schwerere Verletzungen, eine Muskelverletzung oder irgendetwas. Ist das so auch ein Teil dieses Erfolgsgeheimnis dieser Saison? Ja, definitiv. Also ich hätte das noch Marcel Höttecke abgearbeitet. Also, ja, natürlich. Den müssen wir auf jeden Fall gleich noch mit reinholen. Ich habe schon überlegt, ob ich auch die Brücke schlag über Mattis Beckmann dann in den Füso-Bereich, weil das sehr, sehr enge Schnittstelle ist mit Sebi Schwermann. Ihr hattet ja auch beide hier. Aber ich mache nochmal schnell Marcel. So ein Torhüter habe ich wirklich mit am wenigsten Ahnung. Das ist einfach so. Deswegen haben wir mit Marcel wirklich auch einen Experten, der lange im Torwartbereich jetzt schon arbeitet, eine ganz ruhige Art hat, eine sehr analytische Art hat, mit den Jungs zu arbeiten und dem ich da voll vertraue. Also ich schaue mir schon ab und zu mal das Torwarttraining an und mir ist nur wichtig, dass, wenn ich rüber schaue, dass ich sehe, dass die Jungs wirklich gefordert sind. Dass es nicht nur ein Alibi-Ablauftraining ist, sondern dass die Jungs richtig gefordert sind. Und ja, das war auch über das Jahr hin, glaube ich, in der Torwartgruppe eine Entwicklung zu sehen, die richtig stark war. Am Anfang hat das so ein bisschen stagniert. Als ich kam, war wirklich so festgefahren. Ja, es war, ich habe mir immer gedacht, die Bälle müssen sie halten, die Bälle müssen sie halten, die Bälle musst du auf dem Niveau halten. So war ich halt, ich hatte natürlich die letzten Jahre immer, habe ich auch Hötte gesagt, ich habe natürlich immer einen schlechten Vergleichswert, der Hoyer Fernandes und Chris Martenia sind einfach wahrscheinlich die zwei besten Keeper in der zweiten Liga oder mit die besten Keeper in der zweiten Linie. Jeder auf seine Art. Ferro im 1 gegen 1 richtig stark, am Fuß richtig stark, Chris Martenia brutal schnell kräftig, also wirklich auf der Linie überragend schnell kräftig. Und das war aber so wieder, dass das Niveau wollte ich, dass die Torhüter erreichen. Und dann haben wir Marcel, glaube ich, da ist er auch ein bisschen angepasst. Dann natürlich mit dem Wechsel von People of Daniel, hast du auch eine Dynamik in diese Gruppe gebracht. Glaube ich, das haben dann alle gemerkt, oh, wir müssen hier schon performen, hier ist nichts fest gerankt. Und dann hat wirklich auch Marcel mit seiner, der wirklich ein Riesenherz, muss er haben, weil er so groß ist, aber der hat wirklich ein Riesenherz, glaube ich, sehr, sehr gute Gespräche, auch immer mit Pipo, mit Daniel, mit Luca, mit Lorenz, die vertrauen ihm da. Und die Torwartgruppe hat sich extrem entwickelt. Also es war im Winter, war es wirklich mal ein Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, hey, krass, die halten jetzt Bälle, die haben sie einfach im Spätsommer nicht gehalten. Und das, da musst du natürlich auch als Stürmer besser schießen im Training. Es gibt dir aber auch als Defensivspieler Sicherheit, wenn du vielleicht nicht jeden Ball wegnehmen kannst, dass dann noch Torhüter da sind, die Bälle halten, die sie vielleicht vorher nicht gehalten haben. Und es gibt dir ein bisschen mehr Sicherheit im Verteidigen. Und da hat sich die Gruppe extrem entwickelt. Und ich glaube, dass wir in der Rückserie am neuen Spiele zu null gespielt haben, ist sicherlich auch ein Verdienst der Torwartgruppe. Ja, und deswegen auch von Marcel Höttecke. Es ist nicht nur Pipo, aber Pipo hat sich unter der, oder weil er einfach den Druck der anderen gespürt hat, auch extrem entwickelt, wieder auf ein Niveau gebracht. Das, glaube ich, hier in Osnabrück schon mal alle gesehen haben. Und ich glaube, das weiß er selber auch, dass er einfach dann in der Rückserie auch im Training Bälle gehalten hat. Die hat er im Sommer nicht gehalten. Und das ist verdienstharte Arbeit. Ja, und es ist auch gut zu wissen, dass das der Weg ist. Und das Niveau wollen wir natürlich in der Torwartgruppe halten. Jetzt kann ich zu den Physiotherapeuten. Ja, oder wir haben auch noch die Themenbetreuer und die Assistenten. Oder die gehören ja auch dazu. Ja, René ist ganz wichtig. Aber machen wir erst mal einen Staff weiter. Dann kommen wir zu den Physios. Ja, zu Sebi, zu Balou und Janek. Wirklich eine lustige Gruppe, weil Balou und Janek sind fast sogar manchmal vor mir im Büro. Also nicht im Büro, die sind halt im Kraftraum und hauen sich da ihre Mucke um die Ohren und schmeißen Gewichte. Und dann hast du Sebi, der den Kraftraum halt, wie ich, nur vom Hörensagen kennt. Aber halt, weil wir vorhin angesprochen haben, wir haben wenig Verletzte. Also diese Rundumbetreuung, die wir hier haben, die ist auf bestem Zweitliga-Niveau. Also ich glaube sogar, dass es in der Zweitliga wenig Vereine gibt, die das so hinkriegen. Was ja, einfach alles drumherum angeht. Immer wieder schauen, dass die Jungs nicht übersäuert sind, dass sie richtigen Shakes haben, dass sie immer wieder individuell abgeholt werden. Und da auch kein Stillstand ist. Also Sebi kommt dann schon immer zu mir und sagt, ich brauche jetzt das und das und das. Wenn das Sinn macht und wir das vorher, was wir alle schon haben, optimal nutzen, dann glaube ich ihm, weil er ist der absolute Experte. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber Sebi ist da klar viel mehr im Detail drin. Und wenn wir sagen, wir können hier an der einen oder anderen Stellschraube noch ein bisschen schrauben, das wird auch für das nächste Jahr so sein. Wir werden noch intensiver trainieren müssen. Wir werden noch intensiver spielen müssen. Wir werden auch, was Neuzugänge angeht, vielleicht mehr schnellkräftigere Spiele dazukriegen, die wiederum verletzungsanfälliger sind. Also deswegen muss diese Betreuung auch weiterhin steigen. Dass sie nicht sagen, okay, wir haben jetzt den Stand jetzt und den wollen wir halten, definitiv. Aber wir wollen da noch besser werden im Detail. Wenn es in der Summe nicht mehr geht, wollen wir im Detail noch besser werden. Und da sind die alle drei wirklich top, weil sie sich alle drei weiterbilden und hinterher sind und alle drei eine super Verbindung zu den Jungs haben. Die Jungs ihnen alles anvertrauen und trotzdem sie die Jungs nicht in Schutz nehmen, sondern sagen, hey, du kannst damit trainieren. Da kann nichts passieren. Beiß dich durch. Wir müssen weiter intensiv trainieren. Das schützt auch vor Verletzungen. Und das passt sehr, sehr gut zusammen. Wer ist der beste Linienrichter von denen? Da müsste man Heidi fragen. Das ist ja beim Training schon manchmal richtig, da kriegen die ganz schön was ab, wenn die dann bei einer Torsituation Absatz anzeigen. Janik und Palou sind wirklich auf Zack. Deswegen nehme ich mich da grundsätzlich immer raus aus dem Schiedsrichterwesen im Training, weil ich auch weiß, da kannst du eigentlich nur verlieren. Tja, dann sind wir jetzt bei René wahrscheinlich. René Flegel. René, ja. Die gute Seele, so ungefähr. René ist ein super Junge, der eigentlich mit dem Teammanager-Job an sich unterfordert ist. Das muss man ganz klar sagen. Der für weit Größeres gemacht ist, ein bisschen auf der Selbstfindungsphase gerade auch ist. und ja, top. Er versteht sich mit den Spielern. Er ist zuverlässig für uns. Er regelt viel im Hintergrund. Er denkt ein, zwei Schritte weiter. Er macht nicht nur das, was man ihm sagt, sondern er denkt noch mal ein, zwei Schritte weiter. Hat immer wieder Tipps, ist dann aber auch nicht böse, wenn man die Tipps nicht annimmt. Das ist wirklich super. Ist mega angenehm. Ist halt auch die Altersgruppe der Spieler. Deswegen schwimmt er da so mit und man merkt den gar nicht so, dass er manchmal dann da ist. und aber wirklich mega für mich eine Riesenhilfe gewesen. Ich glaube auch für jeden, für jeden unserer Spieler eine Riesenhilfe. Und genau, das ist so viel zu René gesagt. Ja, dann Julius, Julius ohne Sache? Ja, ja, Julius ist so ein bisschen mehr Richtung Amirs Sparte. Deswegen, wenn nur immer, klar, wir haben viel Kontakt, weil er natürlich auf der Ellusio ist, ist auch viel, also alles, was wir brauchen, Bestellungen müssen wir über Julius absegnen. Dann müssen wir auf uns ein bisschen kämpfen, weil da ist er schon straight, was unser Budget angeht, was auch gut ist, weil einer muss ja ein bisschen drauf aufpassen. Und nee, es passt einfach gut rein. Man merkt, er ist schon länger da. Auch seine Rolle da neben Amir, glaube ich, ganz gut gefunden. Amir lässt ihn auch sehr, sehr viel machen. Und glaube ich, Julius hat auch weiterhin richtig Potenzial. Aber ich glaube auch, er weiß auch, was er hier im Verein hat. Und ich glaube, was so Planungen angeht, wie jetzt das Trainingsgelände, das sind halt Aufgaben, glaube ich, die machen ihm richtig, richtig viel Spaß. Also immer, wenn ich frage, Julius, haben wir ein neues Schaubild vom Trainingsgelände, dann freut er sich schon wirklich, wenn er mir die Präsentation zeigen kann. Und ja, das ist einfach so fürs Drumherum. Man merkt das gar nicht als Trainer oder Spieler, wie viel er dann im Drumherum macht. Aber bei ihm macht das, glaube ich, richtig viel Spaß. Er hat ja sich um das Trainingszentrum gekümmert, schon bevor es zum Schinkelberg ging. Und weiß noch, wie enttäuscht er war, wie viel Arbeit, Zeit und Wissen er investiert hat. Und dann diese Enttäuschung zu erleben, darum freue ich mich immer, wenn er sich am Schinkelberg erfreut. Und da hat er, glaube ich, ganz wesentliche Beiträge geleistet. Was machen wir mit den Docs? Gehören die zum Stuff für Sie? Tom Herzig und Clemens Kruse? Oder wie formieren Sie das? Ja. Ja, das ist eine gute Frage, ob die zum Stuff gehören. Ja, auf die beiden ist das Verlass. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange die schon da sind. Das ist halt beim Spiel immer, das ist für mich immer so lustig, beim Heimspiel, die sind dann da, dann sehe ich sie oben bei euch, bei der Bratwurst, Clemens meistens. Oder? Stimmt doch. Ja, wir haben Sie bei John vor dem Spiel immer wieder. Ja, ja, ja. Da musste viel bereinigt werden. Ja. Und ja, ich glaube, das sind richtig gute Typen. Ich war einmal nur bei Tom, als über den Winter war ich einfach mal so gefühlt vier Monate krank. Heckes sagt immer, ja, nee, nee, du hattest bestimmt kein Corona. Du warst nur vier Monate krank. Aber es liegt auch daher, dass ich beim Spiel sehr abergläubig spiele und immer dieselben Klamotten an habe und mich eigentlich jeden Samstag neu verkühle. Genau. Und ja, Clemens, glaube ich, hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt, weil ich hatte, wie gesagt, keine Verletzungen. Aber ich glaube, es war vor allem... Aber Sie gehören im weiteren Sinne dazu und deswegen meine ich, dass es... War, glaube ich, Clemens war zum Beispiel, glaube ich, in der Causa MEO-Dur, ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner. Vor allem für Sebi in dem Austausch. Und da ist es auch so, da halte ich mich raus. Davon habe ich mal wirklich gar keine Ahnung. Jetzt haben wir noch einen vergessen. Ja, den können wir nicht vergessen. Der hat ja einen großen Auftritt hingelegt auf dem Rathaustreppe und König von Deutschland gesungen. Mario, ja, ich muss mich offiziell nochmal... Entschuldigung, Mario, das tut mir leid, dass ich deinen Bulli kaputt gemacht habe. Ich habe den beim ersten Training am Schinkel. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt es ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de slash Abo-VfL oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß! Das war's!